Wir haben den 4. April 2022 Weiter vorne war die Bachstelze am Boden Jetzt ist sie gerade auf dem Baum Stamm oben Da gehört noch irgendwo einer in der Nähe Dort fliegt einer vorbei Ich habe das Gefühl, wir hätten sie aber nicht gehört Vielleicht nicht den richtigen Ort gezeigt Aber auch seht man sie ganz gut Versachen Versachen Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020